Herr Präsidentin, Herr Ministerpräsident, mit Ihnen grüße ich alle Mitglieder des Kabinetts, Frau Präsidentin des Landesverfassungsgerichtes, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Klare Worte habe ich mitgebracht, aber nicht in dem Sinne, wie Sie es eben von mir erbeten haben, sondern meine klaren Worte richten sich an Sie. Es sind Worte der Dankbarkeit, der Freude und des Stolzes darüber, was Sie als Abgeordnete der demokratisch legitimierten Parteien, was Sie geschaffen haben in diesem Land. Worte des Stolzes auch gegenüber einer Haltung des Kabinetts, die ganz klar geprägt ist von Nüchternheit, von Erfolgsabsichten und auch von der nachgewiesenen Fähigkeit, realistisch zu bleiben bei der Mittelbewertung und bei der Mittelverwendung. Das alles hat mich doch sehr beeindruckt, als ich das heute im Kabinett gehört habe. Mein Besuch in Mecklenburg und Vorpommern ist also ein Besuch bei vielen, die ich seit lang kenne, bei anderen, die ich erst kennenlernen werde. Und gemeinsam gestalten Sie hier im Nordosten unserer schönen Heimat Deutschland etwas besonders Schwieriges. In Zeiten einer geringer werdenden Bevölkerung die Freude an der Demokratie und die Bereitschaft, Erfolg zu suchen und zu gestalten, miteinander zu verbinden. Das ist das, was mich bei meinem Besuch besonders erfreut. Sie haben festgestellt, was auch richtig ist, dass das mein letzter Besuch ist. Wissen Sie, ich dachte, ich muss das hier nicht erklären. Das ist doch die angeborene mecklenburgische Höflichkeit, die zunächst die Interessen der anderen wahrnimmt und dann die der eigenen. Und so bin ich also ganz entfernt am anderen Ende gestartet, im Südwesten Deutschlands, in Baden-Württemberg. Auch ein Land mit Bindestrich. Auch ein Land, wo sich die in den jeweiligen Teilen des Bindestrichs Wohnenden fragen mussten, sind wir denn richtig zugeordnet? Und so, als man sich einst zusammenfand, so wie uns das hier zugemutet wurde oder wie wir es uns zugemutet haben, nachdem wir 1990 die Möglichkeit bekommen haben, unsere Länder wieder neu zu entdecken. Interessanterweise war es ja so, dass wir die Zugehörigkeit zu unseren Ländern 1989, 1989, muss ich sagen, noch früher entdeckt haben als die Einheit unseres gesamten deutschen Vaterlandes. Das war doch hochinteressant, wie in Mecklenburg, in Vorpommern, in Sachsen, Thüringen und Brandenburg sofort wieder diese eine Zeit lang verbotenen Zugehörigkeiten sich Ausdruck verschafft haben. Ja, ich habe gesagt, dass ich in Baden-Württemberg begonnen habe und im Nordwesten in Bremen und hier im Nordosten in Mecklenburg-Vorpommern, da schließt sich nun der Kreis. Das waren diese Besuche, das waren nicht nur Gelegenheiten, die Landeshauptstädte zu besuchen, die Regierungen und Parlamente kennenzulernen. Einiges war mir auch wirklich wenig bekannt. Aber vor allen Dingen waren es Besuche in 16 selbstbewussten und je eigen geprägten deutschen Ländern und das hat mir gefallen, dass bei ganz unterschiedlichen Voraussetzungen, etwa wenn wir die ökonomischen Voraussetzungen in Deutschland, Südwesten und hier im Nordosten vergleichen, dass mir überall selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger begegnet sind und zwar nicht nur in den Parlamenten und Regierungen, sondern auch in der Zivilgesellschaft. Und da fällt mir auf, dass das, was in unserem Grundgesetz einmal positiv geplant und angelegt war, nämlich die föderale Struktur, dass das richtig mit Leben erfüllt ist, dass es funktioniert. Artikel 30 sagt doch, die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben ist Sache der Länder, soweit dieses Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zulässt. Als das zum ersten Mal formuliert wurde, war das ein Plan. Aber in der Geschichte der Bundesrepublik West und unseres Vereinigten Vaterlandes hat sich gezeigt, wie lebensnah diese Regelung war, unser Deutschland als eine Bundesrepublik Deutschland zu definieren. Ich erfolge also mit hohem Interesse alle Debatten, von denen Sie einige erwähnt haben, Frau Präsidentin, über den Sinn dieser Ausprägung von Staatlichkeit, dieses Föderalismus. Ich habe kürzlich, ich will ein Beispiel nennen, ich habe kürzlich die Vertreter der Wissenschaftsverbände bei mir gehabt in Bonn in einer Begegnung und wir haben uns über die Situation unterhalten, was dann geschehen wird nach dem Auslaufen der Hochschulpakte. Und natürlich ist in einem Land, das auch Probleme und Sorgen hat mit der Wissenschaftsförderung, mit seinen Universitäten und Hochschulen, ist das ein Riesenproblem. Und wir brauchen wirklich Mühe und Kraft und auch Innovationsbereitschaft, um sich speziell auf diesem Sektor eine Mitwirkung des Bundes zu gestalten, ohne dass wir das föderale Prinzip beschädigen. Wir brauchen auch das Gespräch miteinander, den anderen Problembereich kennen Sie viel besser als ich, als Abgeordnete, denn wir alle sind ja gelegentlich mit der Klage von Eltern konfrontiert, deren Kinder beim Umzug von einem Bundesland in das andere mit völlig verschiedenen Schulsystemen konfrontiert werden. Und wir wissen, wir kennen diese Klage schon seit längerem und wir spüren, gerade im Bildungsbereich hat der Föderalismus in Deutschland aufgrund der Erfahrungen, die ich eben angesprochen habe, nicht nur Anhänger, sondern er hat durchaus auch Gegner. Aber auf der anderen Seite wollen wir denn wirklich die eine große staatliche, bundesstaatliche Bildungsbehörde, die einheitliche Bildungswege für alle dann von oben dekretiert, wollen wir es? Widerspricht das nicht den unterschiedlichen Traditionen in den Regionen und auch ihren demografischen Entwicklungen? Einheit in der Vielfalt, diese föderale Maxime sollte auch im Bildungswesen immer weiter ausgestaltet werden, Einheit in gemeinsamen Zielen und in vergleichbaren Standards, Vielfalt in den Wegen zu deren Verwirklichung. Gute, bessere Bildung für alle? Für dieses drängende Zukunftsthema tragen die Länder primäre Verantwortung. Die Fragen, wie wir den deutschen Föderalismus übrigens auch im europäischen Kontext gestalten wollen, sodass er uns beflügelt und nicht bremst, sind wichtig. Und die Debatten dazu, das sind lohnende Debatten. Lohnend jedenfalls und als ernsthafte Frage zu ernsthaften Anliegen, nicht als Polemik zum Zwecke parteipolitischer Profilierung. Als Bundespräsident werde ich immer dabei auf eins hinweisen und zwar auch, wenn dieser Hinweis nicht immer populär ist. Die starke föderale Ausrichtung unseres Gemeinwesens, sie ist konstitutiv für die Konstruktion der Bundesrepublik als, wie es heißt, demokratischer und sozialer Bundesstaat. Sie hat sich bewährt, übrigens auch im internationalen Vergleich. Und wir tun gut daran, ihre Stärke zu pflegen, statt immer dann über sie zu jammern und uns hinter ihr zu verstecken, wenn es eigentlich um lösbare politische Fragen geht. Das Selbstbewusstsein der Länder, von denen ich sprach, resultiert gewiss aus der starken Stellung, die unser Grundgesetz ihnen zuweist. Aber es hat auch andere Gründe. Unsere 16 Länder bilden verschiedene Mentalitäten ihrer Menschen ab, zeigen besondere regionale Stärken und gelegentlich auch Schwächen. Sie spiegeln die Vielfalt deutscher Regionen, historische, religiöse und kulturelle Unterschiede. Nicht jedes der 16 Bundesländer hatte sofort nach Gründung eine starke Binnenidentität. Ich habe das vorhin schon kurz angedeutet, als ich über den Südwesten und den Nordosten sprach. Es gilt, was ich eben gesagt habe, dass diese Bindung nicht von Anfang an gleich intensiv war. Nicht nur für die sogenannten Bindestrichländer wie Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen oder eben Mecklenburg-Vorpommern. Es gilt auch für Länder wie den Freistaat Bayern. Dort gibt es nämlich die Besonderheiten seiner Stämme. Und wenn Sie mal eine Abend Gelegenheit hatten, mit dem Herrn Ministerpräsidenten oder anderen Verantwortlichen des Freistaates beim Bier zusammenzusitzen, dann kann er Ihnen immer ganz genau beschreiben, wie sorgfältig er das austarieren muss, dass die unterschiedlichen Bewohner der unterschiedlichen Gebiete dann auch zu Ihrem Recht kommen. Also, jetzt gehe ich nochmal kurz in die Geschichte zurück. Wir haben ja eigentlich hier in unserem Teil Deutschlands nach dem Krieg schon eine Ländergeschichte gehabt, ehe sie uns wieder abgenommen wurde. Und ich will hier an den SMAD-Befehl Nummer 5 vom 9. Juli 1945 erinnern und daran, dass wir Mecklenburg-Vorpommern ja schon einmal hatten bis 1952. Ich musste nochmal lachlesen, weil ich es nicht genau wusste. Ich wusste es, weil ich als Kind Briefmarken hatte, wo Mecklenburg-Vorpommern vorkam. Und ich konnte mich auch noch dunkler erinnern als Kind, dass wir damals noch munter uns Mecklenburger genannt haben und später waren wir ja Bezirk Rostock, Bezirk Neubrandenburg und Bezirk Schwerin. Die Identität, die dazu gehörte, hat sich nie richtig herausgebildet. Also, jetzt kennen wir natürlich auch die Situation. Ich will ja nicht nur sagen, dass das alles unproblematisch hier wird, denn der eine Landesteil bevorzugt oder der andere. Wenn wir in unsere Theaterlandschaft gucken, in unsere Hochschullandschaft gucken, ja, da kann es schon sein, dass wir von dauernd und gerade Sie als politische Gestalter dauernd vor der Frage stehen, ja, werden die nicht bevorzugt, kommen wir nicht zu kurz. All das gehört dazu, das gehört zum normalen politischen Geschäft. Und diese Kritik gibt es ja nicht nur hier im Land, sondern die gibt es genauso in Hessen oder in Bremen, wo ich eben herkam. Und diese manchmal etwas folkloristische Klage, wenn wir die mal abziehen, dann finden wir eigentlich, dass auch unsere neuen Länder hier im Osten Deutschlands sich ganz bewusst als Brandenburger, Mecklenburger stolze Sachsen fühlen oder dass die Pommern oder Vorpommern, genauer gesagt, es inzwischen, glaube ich, auch ganz gut finden, dass sie mit uns Mecklenburger vereinigt sind. Ich will das im Sommer, wenn ich meinen Sommerurlaub verbringe, hier oben, das ist da so in dem Grenzgebiet, dann will ich das nochmal neu untersuchen mit persönlichen Eindrucken, aber ich bin wirklich nicht besonders skeptisch. Die starke Bindung also, die die Bürger in ihrem Bundesland entwickeln zu ihrem Gemeinwesen, sie hat eben auch damit zu tun, dass diese gewachsenen regionalen Identitäten viel, viel älter sind. Und daher kam es auch 89, 90 sofort zu dieser von mir schon erwähnten schnellen Wiedergeburt der Länder. Also 16 Länder, eigentlich 16 Gründe für gute Beheimatung, Gründe zur Freude. Sehr verehrte, liebe Abgeordnete, hier im Landesparlament in der sechsten Wahlperiode des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern behandeln Sie die Fragen, die für die 1,6 Millionen Bürgerinnen und Bürger von Bedeutung sind. Sie debattieren darüber, wie Mecklenburg-Vorpommern seine traditionellen Stärken, den Tourismus, die Land- und Ernährungswirtschaft oder die maritime Wirtschaft festigen kann. Sie entwickeln und debattieren Pläne, wie neue Schwerpunkte hinzutreten können. Die erneuerbaren Energien sorgen in Mecklenburg-Vorpommern schon heute für 64 Prozent der Stromversorgung und tausende Arbeitsplätze. Die Gesundheitswirtschaft ist in ein neues Stadium eingetreten und entwickelt sich zu einem neuen Standbein. Sie wird in einer alternden Gesellschaft, die auf Vorbeugung setzt, sicher noch wichtiger werden. Im Mittelpunkt ihrer Debatten steht die Fragestellung, wo Arbeitsplätze und wo Wertschöpfung morgen entstehen können. Wenn ich mir anschaue, was Mecklenburg-Vorpommern schon geschafft hat und was sie sich gemeinsam vorgenommen haben, dann wird mir klar, dass der Alte mir seit Kinderzeiten vertraute, Paragraf 1 der Mecklenburgischen Landesverfassung aus der Urgeschichte von Mecklenburg, von Fritz Wolter, Blyft-Ahlens-Bien-Ollen, dass der jedenfalls nicht zutrifft. Und das beruhigt mich irgendwie. Es bleibt eben nicht alles beim Alten. Vieles verändert sich. Und vieles verändert sich auch zum Guten. Laut einer Umfrage sagen 80 Prozent der Bürger, sie seien schon ein bisschen stolz darauf, was wir in den letzten Jahren hier in Mecklenburg geschaffen haben. Und wir wissen, wenn ein norddeutsches Gemüt sagt, wir sind schon ein bisschen stolz, was das bedeutet. Das wird in anderen Landesteilen in einer ganz anderen Klangfarbe intoniert. Also, ich bin heute in Berlin gemeldet, das wissen Sie alle, weil ich dort seit gut 20 Jahren wohne. Aber ich freue mich natürlich, dass es hier so ist. Denn irgendwie ist meine Seele ja mecklenburgisch geblieben. Meine Staatsbürgerschaft ist durch meine Meldepflicht nun bei den Berlinern eingetragen. Aber ich bin hier zu Hause und ich bleibe das auch. Jetzt komme ich noch zu einem anderen Punkt, der mich heute auch bei der Begegnung im Kabinett sehr, sehr gefreut hat. Und zwar komme ich zu dem von mir schon kurz gestreiften Problem mit dem Geld. Also, vom Planen und Ausgeben ist die Rede. Und es hat mich doch sehr bewegt, dass in einer Gesamtregion, ich meine nicht nur Deutschland und schon gar nicht, nicht nur Ostdeutschland, sondern in einer Gesamtumgebung hier in Europa, wo das Schuldenmachen irgendwie eine eingeführte Verhaltensweise ist, dass hier seit 2006 keine neuen Schulden mehr aufgenommen werden. Und dass man es schafft, trotzdem politische Schwerpunkte zu setzen. Und ich wünschte mir, dass das in dieser Bevölkerung, aber auch im weiteren Deutschland, besonders im westlichen Teil, dass das deutlicher wird. Dass sie sich damit nicht verstecken müssen. Dass sie hier auch Zeichen setzen. Ich finde, das ist ein Fund, mit dem sie ruhig etwas mehr wuchern könnten. Klar, uns Mikkelmorgan liegt das nicht so. Aber Sie alle wissen, und wenn Sie es nicht wissen, werden Sie beim Wahlkampf daran erinnert, dass im politischen Geschäft das Klappern auch zum Handwerk gehört. Also damit können Sie ruhig sich in Erscheinung bringen. Jetzt noch ein anderer Punkt, den ich ansprechen möchte. Sehr leidenschaftlich wird ja hier im Nordosten über ein Thema diskutiert, das den politischen Rahmen, wie die Lebenssituation der Menschen in den kommenden Jahren stark prägen und verändern wird. Ich spreche über das Demografieproblem, das, was aus ihm folgt. Mit Interesse habe ich mir angeschaut, was die Landtags-Enquete-Kommission Älterwerden in Mecklenburg-Vorpommern bisher erarbeitet hat. Wichtige Impulse dazu kommen ja auch aus der Wissenschaft. Das renommierte Rostocker Max-Planck-Institut für demografische Forschung befördert die Demografie-Debatte weit über das Land hinaus. Mecklenburg-Vorpommern hatte 1990 1,9 Millionen Einwohner, 2030 werden es nur noch 1,45 Millionen sein. Die Verluste, sie resultierten lange aus der Abwanderung infolgen der Arbeitslosigkeit. Nun sind sie wohl mehr und mehr Folge des veränderten Altersaufbaus der Gesellschaft. Das betrifft, wie ich weiß nicht, alle Regionen gleichermaßen. Ich habe in meiner Vorbereitung von interessanten Gegenbeispielen gelesen und auch eben wieder davon gehört. Zum Beispiel dann, wenn in den grenznahen Gebieten, was viele Menschen in Deutschland ja überhaupt nicht wissen, ich spreche über die Ostgrenze, junge Familien aus Polen hier ein Haus bauen und ein neues Leben in den Ort bringen. Aber insgesamt ist es ein wichtiges Ziel, das Land demografiefest zu machen, wie es der Herr Ministerpräsident ausdrückt. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Begriff erfunden haben, Herr Ministerpräsident. Ich werde ihn jedenfalls übernehmen. In vielen Regionen des Landes gibt es schon heute weniger Menschen als früher und sie sind oftmals älter. Das ändert vieles und vor allem stellt es die Politik und auch die Zivilgesellschaft vor große Herausforderungen. Etwa wie die medizinische Versorgung in Regionen mit abnehmender Bevölkerungsdichte aussehen kann oder wie es mit dem öffentlichen Nahverkehr ist. Es geht aber nicht nur um diese Art der Infrastruktur, die bauliche oder städteplanerische. Ich wünsche mir, dass Sie bei allen Veränderungen immer auch eine andere Infrastruktur mit ihm im Blick haben und stärken, nämlich die demokratische Infrastruktur. Nun werde ich mich sicher nicht in die abgeschlossene, Gott sei Dank wohl abgeschlossene Debatte um Ihre Kreisreform einmengen. Ich glaube, dass schon die Erwähnung dieses Wortes bei einigen eine Gänsehaut hervorruft. Aber ich verstehe auch die Sorge mancher Bürger, ob sie in ihrem nunmehr sehr großen Landkreis überhaupt ausreichend Gehör finden können. Nicht immer werden die politischen Mitsprachemöglichkeiten der einzelnen Bürger transparenter, wenn der Landkreis über 5000 Quadratkilometer groß ist und der Landrat für sehr viele Ortschaften zuständig ist. Es ist gut, staatliche Tätigkeiten steter Aufgabenkritik zu unterziehen. Dabei werden sie selber entwickeln, wie Bürgernähe garantiert werden kann, auch nach solchen Reformen. Strukturen auf Effizienz zu überprüfen ist, gerade bei Abnehmen der Bevölkerungsdichte, natürlich sinnvoll. Aber ein Eindruck darf dabei nicht entstehen. Der Eindruck, der demokratische Staat würde sich aus einzelnen Regionen einfach zurückziehen. Das Gegenteil muss der Fall sein. Gerade in Regionen, deren Selbstbewusstsein vielleicht nicht so strahlt wie die Fassade dieses herrlichen Schweriner Schlosses, braucht es den selbstbewussten, den starken Staat und es braucht ganz besonders selbstbewusste, starke und überzeugende Demokraten. Deshalb appelliere ich an die demokratischen Parteien, nicht nachzulassen in ihrer politischen Arbeit. Und entschlossen und fantasievoll für politisches Engagement sei es nun ehrenamtlich oder hauptamtlich zu werben. Und auch deshalb freue ich mich über bürgerschaftliche Initiativen wie die Kampagne Wir – Erfolg braucht Vielfalt, die seit 2008 für Demokratie und ein gutes Zusammenleben der verschiedenen im Land wirbt. Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass die staatlichen Institutionen, wie wir sie heute haben in der Bundesrepublik, ein sicherer Anker der Demokratie sind. Aber was wären diese guten Institutionen ohne eine wache Bürgerschaft, ohne die Aktivitäten der Zivilgesellschaft? Wir erleben das auf allen kritischen Feldern der Politik. Wir als Bürger der Zivilgesellschaft stehen immer neben den Institutionen des Rechtsstaats, wenn die Feinde der Demokratie bekämpft werden müssen. Und wir wollen uns diese Kultur der aktiven Zivilgesellschaft nicht nur erhalten, wir wollen sie ausbauen und fördern. Also wir brauchen sie, die engagierten, aktiven Bürgerinnen und Bürger, die unserer Demokratie nicht nur so im Vorbeigehen als Konsumenten begegnen, sondern die diese Demokratie mit ihren Möglichkeiten in unser aller Sinn mitgestalten wollen. Auch sie, meine Damen und Herren Abgeordnete, leisten einen unverzichtbaren Dienst für unsere Demokratie. Sie arbeiten für ihr Land als Bürger mit Spezialauftrag auf Zeit, verliehen von ihren Wählerinnen und Wählern hier in Mecklenburg-Vorpommern. Sie behandeln wichtige Fragen, kurzfristig drängende wie langfristig entscheidende. Manche ihrer Entschlüsse sind populär, andere eher umstritten. Kreisreform habe ich angesprochen. Und manche Entscheidung, die in diesem Landesparlament seit 1990 gefallen ist, hat sich vielleicht im Nachhinein als unperfekt herausgestellt oder aber als ergänzungsbedürftig. Das ist normal. Das dürfen wir dann auch ruhig sagen. Und die Opposition, die jeweilige, hat die Pflicht, so etwas aufzudecken und zu kritisieren. Eines weiß ich ganz sicher. Die Demokratie, die wir uns 1989 gemeinsam erkämpft haben, sie mag anstrengend sein, verbesserungswürdig, mag auch unperfekt sein. Aber diese Demokratie ist hundertmal gerechter, sozialer und freiheitlicher als das, was ihre Feinde ihr entgegenhalten wollen. Es ist unsere Demokratie, die wir uns in Mecklenburg-Vorpommern geschaffen haben. Wir haben sie gewollt. Wir haben sie gemeinsam erkämpft. Wir werden sie auch gemeinsam gestalten und wir werden sie verteidigen gegen alle, die sie verachten. Vor ihnen steht heute nicht nur der Bundespräsident, sondern auch ein Mecklenburger. Einer, der Schönheit und Schatten dieses Bundeslandes gut kennt und der immer wieder hierher kommt, um vertraute Menschen zu treffen, die sie zu genießen, Ruhe zu finden, sich zu erden. Ich bin Mecklenburger und jemand, der sich freut, dass sein Land, Mecklenburg-Vorpommern, heute nicht nur an der Ostsee liegt, sondern mitten in Europa. Gute Verbindungen zu den Nachbarn sind hier im Norden natürlich keine neuzeitliche Erfindung. Das weiß ich auch. Schon 1280, so habe ich nachgelesen, bildeten Rostock, Wismar, Lübeck, Hamburg den Kern des Bündnisses der wendischen Städte. Stralsund, Greifswald, Stettin, Dermin und Anklam schlossen sich an. Heute schauen wir an der Ostsee nicht nur gen Westen nach Hamburg und Schleswig-Holstein. Wir begegnen unserem Ostsee-Nachbar Polen. Für die junge Generation ist es heute längst Alltag, gemeinsam zu leben und zu lernen, wenn ich heute zum Beispiel an das deutsch-polnische Gymnasium in Löcknitz denke. Und eben beim Reinkommen habe ich nicht nur Kindergartenkinder, Schulkinder aus Greifs Mühlen getroffen, sondern auch polnische Schülerinnen und Schüler, die im Zug einer Partnerschaft hier in Schwerin heute zu Besuch sind. Ich freue mich über so etwas. Und wir schauen auch gemeinsam in Richtung Dänemark und Schweden oder bis zum Baltikum und werden anders als früher dabei von keiner grausamen Grenze getrennt. Die Küste, sie ist immer noch Erholungs- und Sehnsuchtsort, aber sie ist ja für Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr das Ende unserer Welt. Die Ostsee-Anrainer, sie sind Handels- und Dialogpartner, wir begegnen ihnen auch als Freunde, als gute und als verlässliche europäische Nachbarn. Die Freundschaft zu unseren Nachbarn ist uns ein kostbares Gut und wir werden sie schützen und stärken. Wir wollen nie wieder Grenzen zwischen uns und ihnen sehen, weder solcher aus Zäunen noch welche solcher in den Köpfen. Wenn ich heute mit Mecklenburg-Vorpommern die Reise meiner 16 Antrittsbesuche beende, blicke ich zurück auf 16 Begegnungen in den deutschen Ländern mit ihren jeweiligen Stärken und Schwächen. Es sind mehr Stärken als Schwächen und zwar deutlich mehr. Zu behaupten, ich würde in Mecklenburg-Vorpommern erleben, in einem Land ohne Probleme zu sein, weil es eben mein Herkunftsland ist, das wäre ja nun wenig aufrichtig. Aber ich freue mich, dass ich es als ein Land erlebe, das seit 1990 neu aufgeblüht ist und viel erreicht hat. Und ich sehe es als ein Land, das den Herausforderungen begegnet und deshalb eine gute Zukunft vor sich hat. Ich bin froh darüber und ich bin dankbar dafür, dass mir eine Mischung aus Nüchternheit und Selbstbewusstheit hier heute begegnet ist bei meinen Begegnungen mit der politischen Führung, mit dem Kabinett dieses Landes. Ich nehme das als ein Signal dafür, dass diese Haltung, diese Mischung aus Nüchternheit und Entschlossenheit die Menschen in diesem Land charakterisiert. Und mit solcher Einstellung, da werden wir die Probleme nicht einfach nur fürchten, wir werden auch nicht vor ihnen weglaufen, sondern wir werden sie gestalten und dieses Land zu neuen Erfolgen führen. Dafür und für ihre Arbeit hier in diesem Hohen Haus wünsche ich Ihnen fruchtbare Debatten im demokratischen Geist und zum Wohle des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Ich danke Ihnen.